Mit Windows 11 hat sich auch die Taskleiste entscheidend verändert, wie du sie individuell anpassen kannst und welche versteckten Funktionen es dazu gibt, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß damit, los geht's! Die erste wichtige Frage ist ja, wie ich neue Apps und Programme an die Taskleiste anheften kann, um sie schnell starten zu können, damit ich sie nicht jedes Mal lange im Startmenü suchen muss. Und das geht ganz einfach, ich klicke dazu einmal ins Startmenü hinein und manche Apps sind ja hier bereits auf der ersten Ebene angepinnt und wenn ich die jetzt auch an die Taskleiste anheften möchte, dann klicke ich mit der rechten Maustaste darauf auf PowerPoint zum Beispiel, das habe ich jetzt noch nicht hier unten, also rechtsklick und im Kontextmenü kann ich dann sagen, an Taskleiste anheften. Nun erscheint mir PowerPoint auch dauerhaft hier und ich kann jetzt ganz schnell starten. Und wenn ich jetzt mein Programm, das ich anheften will, hier im Startmenü nicht finde, auf der ersten Ebene, dann kann ich einfach danach suchen, indem ich sie oben eintippe, aber es reicht auch, wenn ich einfach jetzt zu tippen beginne, wie das Programm heißt. Ich möchte jetzt mal Word anheften, also tippe ich mal Word ein und dann wird es hier auch schnell gefunden und hier genauso rechtsklick an Taskleiste anheften, dann erscheint es hier unten und wenn ich möchte, kann ich es genauso auch im Startmenü anheften, da wo wir es gerade gesehen haben, an Start anheften. So, dann erscheint es mir hier auch im Startmenü. Gut, wenn ich die App wieder lösen möchte, weil ich sage, ach, Word brauche ich vielleicht doch nicht so oft, das reicht mir, wenn ich es hier im Startmenü habe, dann kann ich hier genauso mit einem Rechtsklick auch wieder sagen, die App lösen, dann ist es nicht dauerhaft hier, sondern nur, wenn ich es geöffnet habe und hier kann ich es auch genauso auch wieder vom Start lösen, also anbinden lösen geht im Startbereich und auf die Taskleiste sehr einfach mit dem Rechtsklick. Diese Möglichkeit, Programme und Apps auch von der Taskleiste zu lösen, funktioniert bei allen Symbolen, aber nur nicht bei den ersten fünf hier. Warum ist das so oder was sind die ersten fünf Symbole? Na ja, das erste ist ja unser Startmenü, wenn ich links klicke, geht das Startmenü auf, genauso wenn ich auf der Tastatur auf die Windows-Taste klicke und wenn ich rechts klicke, dann komme ich in so eine Art Schnellstartmenü für wichtige Windows-Funktionen. Hier habe ich zum Beispiel den Explorer, dann habe ich den Taskmanager oder auch den Gerätemanager. Ich kann aber auch meinen PC direkt hier abmelden oder herunterfahren. Aber ich habe keine Möglichkeit hier, das Symbol zu lösen, wie zum Beispiel bei den anderen Symbolen. Also das ist immer hier und das macht ja in dem Fall auch keinen Sinn, das zu lösen, wenn man das Startmenü auch wirklich braucht. Aber auch bei den nächsten vier, wenn ich da rechts klicke, kann ich es nicht lösen, wie bei den anderen Programmen. Was sind das für vier Symbole hier? Nun zum einen sind Standard-Symbole, die bei jedem Windows 11-Nutz automatisch angezeigt werden und ganz konkret, hier haben wir die Suchfunktion. Das Symbol braucht man meiner Meinung nach nicht wirklich. Wenn wir im Startmenü sind, haben wir die Suchfunktion auch im Startmenü, können aber auch einfach direkt los tippen. Also das ist so ein bisschen doppelt aus meiner Sicht. Ich suche immer im Startmenü. Dann das dritte Symbol, wenn ich hier drüber fahre, dann kann ich hier zwischen den virtuellen Desktops wechseln. Wenn ich die denn nutze, viele nutzen die aber auch gar nicht, dann braucht man auch das Symbol nicht. Und das vierte Symbol hier, das öffnet mir die Widgets-Sidebar. Die kommt dann von der Seite so reingescrollt. Da kann man hier so Widgets einstellen und verwenden. Und da ist die Frage, ob man das überhaupt braucht. Ich nutze die jetzt im Alltag auch nicht wirklich und könnte deswegen auch gut darauf verzichten. Dann das fünfte Symbol hier, das ist der Chat-Bereich. Dahinter steckt Microsoft Teams, aber für meinen privaten Account. Nachdem wir aber Teams im Unternehmen nutzen hier mit einem Business-Account und ich noch ein zweites Teams-Symbol habe, brauche ich das Chat gar nicht. Ich brauche ja nicht zweimal Teams. Ich denke, das sind auch viele Nutzer verwirrt, dass es hier zwei verschiedene Teams-Versionen gibt. Aber darüber haben wir schon mal ein eigenes Video gemacht, warum ich das jetzt ein bisschen auch nicht so sinnvoll finde, wie das gemacht ist. Okay, also die vier Symbole, ich bräuchte sie gar nicht. Die wurden aber angezeigt und ich bin ein Fan, alles auszublenden, was man nicht wirklich nutzt. Wie kann ich die trotzdem ausblenden? Also, ich muss einen Rechtsklick auf die Task-Liste machen und zwar an der Stelle, wo keine Symbole sind. Also, zum Beispiel jetzt hier links und dann kann ich die Task-Liste Einstellungen öffnen. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, Task-Liste Elemente, ich kann alle vier ausblenden oder besser gesagt ein- und ausblenden hier. Und nachdem ich keine der vier brauche, habe ich die auch oder blende ich die bei mir auf jeden Fall auch aus, weil ich nichts vor Augen haben will, das ich nicht nutze. Okay, wenn wir hier schon bei den Einstellungen sind, können wir uns auch noch die restlichen Möglichkeiten anschauen. Also, hier die zweite Gruppe, da geht es um Symbole in der Task-Liste Ecke, also hier rechts unten, da werden ja so kleine Symbole hier angezeigt. Und da kann ich nochmal drei weitere Symbole einblenden, wenn ich das möchte. Ein Stift-Menü, wenn ich einen Stift habe, ein Surface zum Beispiel, eine Bildschirm-Tastatur und ein virtuelles Touchpad. Ich zeige es mal hier bei der Tastatur. Wir machen das mal an. Dann wird die hier unten jetzt als Symbol angezeigt. Ein neues Symbol und mit einem Klick kann ich jetzt hier eine Bildschirm-Tastatur starten. Das ist so eine Alternative zur physischen Tastatur, wenn ich die gerade vielleicht nicht zur Hand habe. Und die funktioniert auch ohne Touchscreen, kann ich auch einfach mit der Maus bedienen. Der nächste Menüpunkt nennt sich Überlauf in der Task-Liste Ecke. Hier kann ich auswählen, welche Symbole in der Task-Liste Ecke hier quasi immer angezeigt worden sollen und dann an der ersten Ebene. Und da habe ich bei mir, wie Sie hier schon sehen, OneDrive und Teams ausgewählt, weil ich die beiden Programme oft brauche. OneDrive, da habe ich hier so ein paar wichtige Menüpunkte, die ich direkt nutzen kann. Und bei Teams sehe ich immer direkt meinen Status. Und auch wenn im Aktivitäten-Feed eine neue Benachrichtigung da ist, das finde ich ganz praktisch. Diese beiden und die ganzen restlichen Symbole sind jetzt hier versteckt mit dem Klick auf den Pfeil worden, die ist sichtbar in so einer zweiten Ebene quasi, weil ich die nicht ständig brauche. Und hier, wenn ich jetzt bei OneDrive das ausmachen würde, dann verschwindet es auch hier, dann geht es auch hier in die zweite Ebene. Aber das nutze ich öfters. Also man sieht, hier kann ich jede Menge Dinge eben in die zweite Ebene. Das sind bei mir, also ich habe hier möglichst viel deaktiviert, dass hier unten nicht so viele Symbole sichtbar sind. Ich habe ja gesagt, ich will nur das vor Augen haben, was ich wirklich regelmäßig brauche. Und den Rest kann ich mit nur einem Klick hier erreichen. Die letzten Einstellungen, die ich vornehmen kann, wurden hier mit Verhalten der Task-Leste zusammengefasst. Das wollen wir uns natürlich auch noch anschauen. Also erste Möglichkeit, ich kann die Ausrichtung der Symbole hier von zentriert auf linksbündig verändern. Und dann sieht es so aus wie bei den vorherigen Windows-Versionen, also wie bei Windows 10 zum Beispiel, dass unser Startmenü hier links angeordnet ist. Aber ganz ehrlich, ich habe mich so schnell an das Zentrierte gewohnt, dass ich es auch zentriert bei mir gelassen habe. Ich kann mich noch kaum erinnern, wie das früher ausgesehen hat. Und ich finde es auch optisch sehr hübsch, wenn es hier die Symbole zentriert sind. Aber wer sich schwer tut, damit kann es auch linksbündig einstellen. Möglichkeit 2, ich kann die Task-Leste automatisch ausblenden. Dann wird die Task-Leste nur angezeigt, wenn ich mit der Maus in der Nähe des unteren Bildschirmsrandes komme. Ansonsten wird es eben ausgeblendet. Und das kann eine Option sein, wenn ich einen kleinen Bildschirm habe. Und dann habe ich etwas mehr Platz für das Programm, wenn die Task-Leste dann verschwindet. Dritte Möglichkeit, ich kann Badges aktivieren oder deaktivieren. Das sind die Zähler für ungelesene Nachrichten. Man kann es hier bei Microsoft To-Do sehen. Dann sehe ich hier, welche überfälligen und welche aktuellen Aufgaben habe ich heute. 13 Aufgaben, die ich erledigen soll. Aktivieren oder deaktivieren geht bei mehreren Apps. Für die Möglichkeit, ich kann hier, wenn ich mehrere Monitore nutze, kann ich entscheiden, ob die Task-Leste nur auf dem Hauptmonitor angezeigt werden. Sollot auf allen Monitoren, aber ich habe gerade nur einen Monitor angeschlossen. Deshalb ist die Option bei mir auch ausgegraut. Die letzte Option heißt, wählen Sie die äußerste Ecke der Task-Leste aus, um den Desktop anzuzeigen. Damit ist ganz rechts hier gemeint. Ich habe das schon aktiviert, finde ich gar nicht schlecht. Und wenn ich hier dann ganz rechts klicke, dann werden quasi alle offenen Fenster minimiert. Ich sehe meinen Desktop. Das geht natürlich viel schneller als die ganzen Programme, wenn es jetzt mehrere sind, die von Hand zu minimieren. Ich nutze allerdings oft auch den Shortcut Windows plus Taste D, also D für Desktop. Windows plus D hat den gleichen Effekt und es geht für mich noch etwas schneller. Und wenn man nochmal in die Ecke klickt oder nochmal auf Windows D drückt, dann werden wieder alle Fenster, die davor maximiert waren, wieder maximiert. Also der vorherige Zustand wieder hergestellt. Finde ich ganz praktisch, diese Möglichkeit. Okay, das waren so die Standardeinstellungen, die wir vornehmen können. Rund um die Task-Leste, Programme anpinnen, ablösen und hier diese Personalisierung der Task-Liste, dass ich so für mich machen kann, wie es am besten zu mir und zu meiner Arbeitsweise passt. Also und ich hoffe auch, dass deine Task-Liste jetzt genauso aussieht, damit du effizient damit arbeiten kannst. Und wenn du erfahren willst, wie du noch mehr aus Windows 11 herausholen kannst, dann empfehle ich dir auch unser Video Top Windows 11 Funktionen, die du kennen solltest. Wir verlinken es dir hier. Dann kannst du es mit einem Klick direkt starten. Jetzt wünsche ich dir noch eine gute Woche. Bis zum nächsten Video. Ciao.